Und Sie haben es beim Carrera GTS wieder mal geschafft, noch ein paar PS draufzulegen. Am Turbolader kann es nicht liegen. Es gibt nämlich keinen. Die gelben Bremssättel passen nicht nur hervorragend zur Wagenfarbe, wenn diese Zangen zubeißen in die Keramikpizza, da bleibt kein Auge trocken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also wenn einem der normale Carrera zu normal ist und wenn einem die RS-Modelle zu ruppig sind, zu rennstreckenmäßig, dann ist der GTS genau das Richtige. Vor allen Dingen in dieser Version mit Aerokit.